Hallo, hier ist Renja und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, spielen wir heute Scribble.io mit Flo und Topps. Ihr seid wahre Scribble.io Meister, wie ich höre. Ich glaube Flo, du hast es noch nie gespielt. Ich habe es wirklich noch nie gespielt, aber ich bin übelst gespannt. Sieht übelst cool aus. Ich habe gehört, Flo kann kein Chinesisch. Das habe ich auch gehört. Kann ich auch nicht. Ist schade. Ich habe gehört, Topps kann kein Österreichisch. Jo Mai. Jo Mai bist du wach in der Birne. Alles klar. Gut, dann starten wir. Ich male als erstes. Sehe ich das richtig? Nein, Chaos Flo. Chaos Flo wählt als erstes ein Wort. Ich mache schon mal meine Hände warm, um auf der Tastatur zu tippen. Ich kann kein Wort aussuchen. Man darf keine Schreibfehler schreiben, sonst ist es falsch, aber dann sagt ihr nah dran. Okay, Flo malt. Guter Start. Wir können leider Zeichnung, Daumen hoch oder runter geben. Warte mal, es sind sieben Buchstaben. Sieben Buchstaben. Was ist das? Das ist ein... Was soll das sein? Rot hat keine sieben Buchstaben, Tobias. Enter. Ich glaube, du kannst es noch nicht wirklich rausfinden. Warte mal. Das ist eindeutig. Ich gebe mir richtig Müll. Warum gebe es... Tobias, Katze hat keine sieben Buchstaben. Was ist denn das? Ja, und? Das ist ein... Gesicht. Nein? Nein, es ist kein Gesicht. Doch, ich habe gedacht, da kommen vielleicht noch Haare. Äh, okay, jetzt kriegen wir ein P vorgegeben als mittleren Buchstaben. Was soll das sein? Äh... Super. Schau mal, schau mal, schau mal, schau nicht. Ich bin doch nicht weg. Oh, was? Was? Sorry, Flo wollte ich brüllen. Was soll das sein? Flo, was ist das? Was? Warte kurz. Hä? Flo! Ich habe es euch mal angefangen. Es ist eine Szene. Es ist eine Szene. Hä? Okay. Wir... Wir haben jetzt noch ein... P.F. Was soll denn das sein? Warte, warte, warte. Äh... Du hast, du hast nicht mehr viel Zeit. Hörst du das tick? Ey, die Zeit ist aus. Ja, wir müssen raten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir hocken von mir auf. Nein! Auspuff? Was? Nein! Ich gebe mir richtig. Ein Roboter-Kopf! Juck! Ich hab das Koffe... Wollt das ein Auspuff? What the hell? Das war aber so... Guter Start. Guter Start. Egal, los nach Kuh. Ey, ich wusste, ich dachte ich hab mehr Zeit, damit ich schöner technen kann. Okay, das ist Pilz. Oh nein. Ich mach... Da Daumen runter. Ne, Spaß mach ich nicht. Pilz? Ach ja, jetzt kann ich raten. Ja, du darfst raten. Du musst... Ein... Men... Aber nee, warte, es sind mehr Buchstaben. Warte mal. Äh... Da, zack. Da. Da. Und der hat... Oh! Ue! Ue! Ich glaube, man muss eh ue. Ich bin mir nicht mal sicher, ehrlich gesagt. Was hat der... Der hat ein Hackebeil in der Hand. Einen Brief! Es ist der... Ja! Was? Ich saubes... Ich saubes Briefträger! Brieft... Oh mein Gott! Du darfst nicht spoilern, aber... Ja! Du hast es... Du hast es ihr gesagt. Das darfst du nicht sagen. Da gibst du ihr nämlich Ski-Punkte. Nein, das ist egal. Nein, du hast... Ich krieg nur weniger Punkte, wenn ich weniger Zeit hab. Aber... Das konnte man gut erkennen. Weil es war ein Typ. Okay, pass auf. Ich dachte... Also... Ey! Okay, ja. Das macht auch Spaß. Das ist eine Ente. Kaugummi. Oh Gott, die Arme sind ein bisschen... Mäßig gut. Ja, das soll ein Mensch... Vielleicht soll es... Ich darf nicht reden. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh! Okay! Ey! Ich weiß nicht, wie man Regisseur richtig schreibt. Das ist auch nicht. Ihr müsst es echt nicht? Das ist nicht gut! Ihr seid so doof. Was? Was? Schreibt man das nicht? Nicht? Warte, ich google jetzt. Ah, ich hab's! Ja! Oh mein Gott, das war wirklich... Wir müssen aber auch googeln, wie man das wirklich schreiben. Ihr wisst nicht, wie man Regisseur schreibt? Ey, ich... Achso, ich wusste schon. Ich wusste nicht, ob es 2G oder 2S waren, das wusste ich nicht. Ich mach weiter, es macht mir Spaß. Der hat noch ein T-Shirt an. Was denn? Tobf, das hilft mir noch nicht. Tobias, es kostet dich Punkte. Guck, er hat noch Schuhe. So, man kann die Dicke auch ändern. Jaja, du kannst künstlerisch wertvoll malen. Jetzt krieg ich wenig Punkte, weil du es nicht erraten hast, Tobias. Okay, Flo. Wird es besser werden, als der Auspuff aus der letzten Folge? Von mir einen Daumen runter. Die hocken von mir auf. Schwierig. Okay, ganz wahr. Ja, dann mach jetzt hin. Sehr schön. Starker Start. Ich hoffe, du bist so unnustig. Ich hab den gleichen Witz gemacht. Okay, das ist eindeutig... ... eine Liege. Äh... Das ist ein Schwein. Nein, Junge! Was macht der? Tot. Was? Hä? Ist das eine Nadel? Hä, was? Was ist Jot? Hä, was ist... Wieso ist Jot? Hä? Ah! Ich bin so gut. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Die Nadel, ich muss sagen, es war nicht schlecht gemacht, aber das Jot hat's weggegeben. Sehr gut. Was für ein Jot? Hä, du kriegst ja oben. Ah, ihr seht die Wörter. Du kriegst... Ne, wir kriegen nicht hin. Wie kann... Wie kann Flo führen? Wie? Ich versteh's nicht. Auspuff. Das ist... Der blöde Auspuff. Der war so schlecht. Okay, was haben wir hier? Das ist eindeutig ein UFO. Das ist eindeutig eine Wurst. Oh mein Gott! Hahaha. Das ist eigentlich ein Witz. Nooo. Du hast es auch gemacht. Du hast es auch gemacht. Achso, richtig? Du hast es nicht raus. Ahhhh. Okay, aber das ist ein Ups. Ich will machen. Wenn einer es hat, dann gibt's den anderen nicht mehr an. Ja, hey, das ist schon... Also, es ist schon okay. Ne, ne, aber du willst ja nicht sagen. Wenn du's eben, wenn du's nicht sagst. Oh Gott, wie malt man das denn? Was ist das? Pass auf, das wird schön. Und zwar wird man das jetzt erkennen, indem ich folgendes male. Warum? Oh Gott, das ist nicht schön. Ich... Ich weiß nicht. Hä, was ist das? Pssst. Ist das ne Wolf? Ist das ein Tier? Hä? Was? N, H? Das ist viel zu einfach, Ronja. Hä? Ich bin zu gut in diesem Spiel. Du bist, du bist Pro. Warte. Wow. Ich wollte ja noch ne Glocke ummalen. Aber es war... Aber es war... Ich muss sagen, es war echt gut. Es war echt gut. Es war grenzwertig. Ich hab mal von Conflics geschrieben, aber... Ja. Wow. Was ist das? Was habt ihr... PC habt ihr geschrieben? Äh... Okay, warte mal. Pass auf. Okay. Oh mein Gott, ich führe immer noch nicht. Wasser. Das ist ein... Da kommt ein... Ne, du sollst mich nicht gewinnen lassen. Ein Schwimmer. Ein Hai. Das ist wirklich schwer. Titanic. Äh, was ist das? Was soll das sein? Hä? Was ist denn das? Das ist ne griechische Studentenverbindung. Mit Zeichen. Hä? Was soll das sein? Äh... Das sind... Das sind Menschen. Das ist der Hai. Okay. Was? Das ist der Hai. Das ist ein Hai. Ja, der macht grad so ein 180, okay? Ach, ach so. Okay. Hai-Angriff. Hä? Was ist das? Hä? Was soll das sein? Hä? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das ist ein richtig schweres Wort. Was ist denn das? Was? Wie hast du verraten? Was? Oh mein Gott. Also ich hab jetzt... Ey, Tops. Wie hast du das rausgefunden? Was soll denn das sein? K-A. Ja, ich hab... Ich verschöner das noch. Nein, 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 nein. Ja, mach das. Kaa... Kaa... Nein, das ist... Kaa? Das ist ganz schwer zu machen, wild. Okay. Maul... Plus... Du gehst zu ner Bank. Und was nimmst du da bei ner Bank? Ey, soll ich... Soll ich euch Tipps geben oder nicht? und dann gibt es krediteil ich habe geldteilen geschrieben das ist überhaupt gar kein wort ja ich bin doch mal was schönes das ist eindeutig ein stock okay das ist ein besenstiel oh mein zauberer was ist das weiß ich das ist kein streichholz aber es ist nicht schlimm man gewinnt ja trotzdem okay ich habe was schönes das ist jetzt hier was schönes das ist das ist ronja das bin ich so sehe ich dass wir essen dass ich glaube ich war instant richtig weil das rot ist das ist das ist sinn und zweck der sache warte mal weil das jetzt hier größer das muss größer damit das klar wird und das führt dann dazu der ist ganz froh er kriegt hier noch sogar seine hose wird mit gesteckt jetzt was an um es einfacher zu machen jetzt sieht das andere aus wie ein t-shirt das ist nicht so ein zeug der sache das wirst du wahrscheinlich bis jetzt nie gehabt haben weil du immer drinne bist im haus das war sonnenbrand das war's jetzt kriegt ihr was richtig schweres ja ja ich bin gespannt ups ich habe zu schnell getippt es ist noch mal eine brust was soll das sein ich bin so ein jünger gott in diesem spiel es ist unglaublich flo ich gebe den daumen hoch für deine zeichnung die war wirklich schön ich finde das macht das glückliche gesicht ja weil du es äh gut gemalt hast du hast wenn du kriegst bekennpunkt nur wenig ich führe oh mein gott da muss ich was machen sand warum ist das grün nein ich will ich was soll denn das sein drei buchstaben drei buchstaben drei buchstaben was ist denn das ach so lol ich sehe wie viele buchstaben das sind ja ja du siehst um die buchstaben und du kriegst auch irgendwann buchstaben angezeigt dafür was ist denn das grün das wusste ich damit habe ich noch nie gesehen ehrlich nicht okay jetzt weißt du mir fällt das jetzt erst auf ich weiß es nicht oh das ist jetzt schwierig ich glaube damit gehe ich am besten was ist das vier Punkte gekommen wo du schnell was oder was ja so stark riecht genau das ist das was ist das äh vorkuli gedulde dich ich würde sagen schmetterling aber das ist zu lang das ist auch äh falsch das ist nämlich kein schmetterling du kannst auch die ausfülloption machen ich will hier keine tipps geben das wusste ich dass man die ausfülloption machen kann nein nein ich weiß was es heute werden jetzt hier noch schatten ich hab's ich hab's und einen kleinen lichtstrahl und dann machen wir die ausfüllfunktion und habe ich auch gerade erst gesagt gekriegt wusste ich nicht so jetzt machen wir die oh my god kann man immer noch schreiben wenn man das war nicht mit absicht ja ich kann auch schreiben guck warum ist das pink und das ist das lila des inneren das ist lila so nix ich führe immer noch aber nicht mehr so viel flo hat aufgeholt weil ich kaum pumpen gekriegt habe dafür okay flo mal was schönes bitte mal was schönes upsie daisy äh was ist denn das das ist ein äh bett das ist eine was das ist ein obdachloser auf einer parkbank warum seid ihr obdachlos auf einer parkbank das ist ein nasenpopler okay das ist ein schock hier eine schockierte frau die im wohnung der operation ich hab das geil schon nicht gezeichnet kommt jetzt die säge dann wärs ein zaubertrink gut dass du nicht weitergezeichnet jetzt malt tobias etwas was malt denn der gute tobias fünf buchstaben sind es ist ein mann mit vier buchstaben hustt hustt was soll denn das sein das schränkt uns an noch gewinnig noch gewinnig keine sorge was ist denn das das ist ein tobias was soll das sein du malst irgendwie immer so ein mann mit beil in der hand ist das ist mir das mal aufgefallen der wirklich was ist das säge was soll das denn sein wir kriegen ein u vorgegeben aber wolverine ist zu lang ich hab keine ahnung technische frage soll das die hand sein oder soll das die hand das soll die hand sein ich kann keine guten händen zeichnen was sagt man wenn man schreiben kann was sagt wenn einer schlicht schreiben kann du hast eine sau rechtschreibfehler du hast eine sau klauer ist close aber warte äh da keine ahnung was soll das sein klaue haaa du hast du wenn du so ein wehrwolf bist ja wie soll ich ein wehrwolf zeichnen ja ok ich hätt's besser gezeichnet jeder hätt's besser gezeichnet macht ihr nichts draus ja meine maus die spinnt hm so ok pass auf das wird schön äh warte warte wir müssen jetzt hier erstmal für ambiente sorgen so und da komm jetzt warte mal ähm so und da so und das füllen wir jetzt mit noch mehr von denen hier die sind nämlich sehr schön oh so kann man schnell menschen ich weiß was ist aber ich weiß nicht was das wort ist haa sehr gut es sieht so furchtbar aus jetzt malen wir um das ganze noch einen raum drum ok so optische illusion tanze tanze irgendwann furchtbarer raum diese wörter die kleben an der wand hä du kriegst es hin du kriegst es hin wir glauben an dich party party hey ich hab party aber das ist zu lang für party oder ich hab party ist alles was mir eingefallen ist aber ich dachte es ist zu lang an den wörtern party schreibt man mit y du hast es mit e geschrieben oh nein ja es gibt was schweres ihr werdet mich hassen ok aber es ist ok ich führe ich habe eine gute führung aufgebaut das ist ein auspuff würde ich einfach mal setzen nein sieht vernächtig aus wie ein auspuff das ist äh eine landschaft das ist zu lang ok blitz gewitter was soll das sein strom elektro was ist mit was soll das denn sein was ist ok was ist der kleine mann der da unten ok weißt du was es ist tor wo kommt das d her ok was soll das denn ist es eine kettensäge florian ist es eine kettensäge hilf uns nein das keine kettensäge ist ein instrument warum das soll eine gitarre sein was wieso das macht keinen sinn ich sehe dies nicht aber das ist der icd-säge ein guter gest warte warte was es ist ein c und ein d da hä ok ich bin so verwirrt was soll das sein es ist eine bühne und das ist ein mann mit einer gitarre hust hust oder staubsauger wir sind uns nicht sicher und der wird plus was gitarre wolke ey du hoffst du hattest das hattest das oooohh man muss ich meine die ungültig fahm 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 das kommt noch wirst du noch sehen und zwar sobald ich weiter was es wäre ihr werdet ihr werdet es hinkriegen ich glaube an euch starke sache okay ich ich sehe super okay dann was ist auch mit dieser folge wenn es euch gefallen hat dir dann drückt einen daumen hoch und schreibt einen kommentar ich bin auf fluss tour in bremen auch ihr könnt noch tickets kaufen es gibt auch noch verdammt tickets falls ihr tickets möchtet dann guckt auf den link in der beschreibung oder drückt geht auf bit punkt was sag's laut bit.do slash melone dort könnt ihr ebenfalls tickets kaufen und 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 und